Bach aber fair. Heute mit diesem Thema. Einmischung ins Privatleben. Hat der WDR-Rundfunkrat den Arsch offen, oder was? Dazu im Studio Luisa Neubauer, Luis Klamroth und Tom Burow. Die Vertreter von CDU und SPD im WDR-Rundfunkrat kritisieren die private Beziehung zwischen WDR-Moderator Luis Klamroth und Klimaaktivistin Luisa Neubauer und sehen einen möglichen Interessenkonflikt. Herr Burow, wie stehen Sie dazu? Ganz ehrlich, ich halte das für absurd. Frau Neubauer, Herr Klamroth? Vielen Dank, das war Bach aber fair für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie harmonisch.